Im Ästhetika Beauty Salon genießen Sie hochwertige Kosmetikbehandlungen für ein strahlendes Aussehen und inneres Wohlbefinden. In der herzlichen Atmosphäre meines Beauty Salon erwarten Sie exklusive Anwendungen, die Sie Stress und Alltagssorgen vergessen lassen. Zu meinem Beauty-Programm gehören exklusive Gesichts- und Körperbehandlungen, dauerhafte Haarentfernung, apparative Kosmetik und intensive Masken. Als Kosmetikmeisterin und Fußpflegerin biete ich Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Treatments an. Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit und tanken Sie in meinem Beauty Salon neue Kraft und Energie. Ich freue mich auf Sie!